Spielen, forschen, entdecken. Die im Frühjahr eröffnete Wirkstattenhaus Menning bekam eine kleine Schwester in Form eines Outdoor-Kindergartens. Die kleine Forscherzentrale bietet allen drei Kindergärten in Ulmerfeldhaus Menning-Neufurt einen kindgerechten eingerichteten Container und den Kokeschwald für Erkundungen. Es ist so, dass sicher in unserer Kiwi-Wirkstatt eine Kindergartengruppe Platz hat, sicher mit 25 Kindern. Wir haben Sitzmöglichkeiten drinnen, Garderoben, es sind Toilettanlagen, fließend Wasser, Heizung. Es soll eigentlich ein Standort sein, damit die Kinder hier ihre Rucksäcke lagern können, Lernmaterialien und dann ausschwärmen können in dem Wald, um zu erforschen. Es freut mich ganz besonders, dass wir für die Kleinsten der Kleinen ein tolles Angebot geschnürt haben und somit erfüllen wir ein erweitertes Angebot für die Pädagogen und Pädagoginnen. Speziell in der heutigen schnelllebigen Zeit ist es wichtig, dass die Kinder wieder geerdet werden. Zudem soll der Outdoor-Kindergarten dazu beitragen, den Wald mit seinen Bewohnern vor der Haustür kennenzulernen. Der Kindergartenhaus Mening wird sicher sehr oft sich da dann heraus bewegen mit den Kindern. Wir werden das sehr viel nützen, aber natürlich nicht nur ausschließlich hier, weil wir ja einen Kindergarten auch haben, wo sich die Kinder wohlfühlen. Und wenn aber das Wetter ist erlaubt und wenn andere Pädagoginnen nicht den Bedarf haben oder sagen, wir brauchen ihn heute nicht, dann werden wir denen natürlich viel nützen. Wie gefällt es euch denn da in der Kinderwerkstatt? Cool. Und was macht ihr am liebsten im Wald? Spielen. Was kann man da spielen? Fangen. Nachrennen. Ja, wir haben heuer und im Vorjahr einige Investitionen bei uns im Ortsteu für die Kinder und Jugendlichen gemacht, was wirklich sehr wichtig waren. Zuerst einmal eine neue Flutlichtanlage im Stadion und heuer der neue Funkhort, der schon sehr gut angenommen wird. Und jetzt für die Kleinsten die Kinderwirkstatt, der Outdoor-Kindergarten, wo wirklich alle Kinder von allen drei Kindergarten hier die Natur genießen können. Die Kindergartenkinder bekommen im Outdoor-Bereich eine gute Basis für die Zukunft und die Kiwi-Wirkstatt wertet das Areal rund um das Sport- und Freizeitzentrum weiter auf.